Es tut mir leid, Nina. Ich weiß. Ist noch was? Ich hab mich verliebt. Das ist echt das Lustigste, was ich seit anderthalb Jahren gehört hab. Was ist eigentlich hier los? Drei Hennen für 4,50. Und ich werd heute geschieden. Ich freu mich nicht. Alles klar? Hier ist das Butter. Danke. Du bist willkommen. Sie sind also der Mann meiner Tochter. Was soll ich denn mit einem Mann? Das ist ja ein Tag heute. Von mir aus kannst du Sex haben mit der Blondine. Das ist mir aber stappt sehr leise. Ach so, ein komischer Vogel. Was? Ob ich was falsch gesagt hab? Es war nicht alles schlecht. Nein, es war nicht alles schlecht.